Herzlich willkommen zu dieser kleinen Review vom LEGO Star Wars Resistance Trooper Battle Pack. Ja, dieses kleine LEGO Set hat die Nummer 75131 und ist zu einem Straßenpreis von so zwischen 10, 13, 14 Euro zu bekommen. Und die UVP von LEGO liegt bei 16,99 Euro. Aber ihr kennt das ja, bei LEGO der Straßenpreis ist da oft ein bisschen geringer. Ja, das Set ist natürlich vor allem wegen der Minifiguren attraktiv, da hier eben vier Minifiguren dabei sind. In diesem Fall eben von der Resistance, also dem Widerstand aus Star Wars Episode 7 und wahrscheinlich auch noch Episode 8 und 9. Das hier ist einer dieser Figuren. Insgesamt sind drei verschiedene Figuren-Designs dabei. Wir haben hier zum einen den Resistance Trooper mit diesem Helm, den man hochklappen kann und einer hellen Jacke. Und zum anderen ist dabei liegend auch noch ein Resistance Trooper mit einer etwas dunkleren Jacke. Ansonsten sind die Designs gleich, auch die Helme sind gleich. Was wir aber auch noch haben, ist ein weiteres Gesicht von einem Resistance Trooper mit Schnurrbart. Ich zeige die Gesichter noch mal kurz im Detail. Das heißt, wir haben zweimal gleiche Gesichter ohne Schnurrbart und dann eben noch ein Gesicht mit Schnurrbart. Ausgestattet sind diese drei Trooper alle mit diesen Blastern, die blaue kleine Stuts schießen. Also die Stud-Shooter, die natürlich vor allem für Kinder interessant sind, weil sie eben den Spielwert ein bisschen erhöhen. Ja, und die vierte Figur, die beiliegt, ist ein Resistance Officer, also ein Offizier des Widerstandes, der eben ein etwas ernst reinschauendes Gesicht mit einem kleinen Headset hat. Es gibt kein alternatives Gesicht, aber gerade bei so nicht besonders wichtigen Figuren ist es ja auch eher selten, dass man hier alternative Gesichter bekommt. Der ist ebenfalls auch mit einem Blaster ausgestattet, allerdings ohne die Verlängerung hier hinten dran. Ich zeige das hier noch mal gerade im Unterschied. Hier hat man eben noch mal die Verlängerung, was bei dem Officer nicht der Fall ist. Aber sonst auch ein Stud-Shooter. Ja, von hinten will ich gerade auch noch mal kurz die Figuren zeigen. Die Trooper haben von hinten noch mal diesen umgeschnallten Gurt und der Officer hat das eben nicht. Bei der dunklen Jacke ist das hier genau das Gleiche. Und neben den Minifiguren, die beiliegend sind, gibt es eben noch diesen kleinen Speeder. Der ist natürlich bei so einem Paket für so wenig Geld relativ klein gehalten, hat aber dafür dann doch ein paar Möglichkeiten, damit zu spielen. Gerade dieser Geschützarm hier ist eben drehbar und in diesem Gelenk hier auch noch zusätzlich schwenkbar, also knickbar. Und damit lassen sich eben viele verschiedene Winkel sozusagen einstellen. Hier oben ist auch noch mal ein kleiner Stud-Shooter angebracht. Einen großen Shooter gibt es hier dran nicht, aber ich denke mal, das ist zu dem Preis auch zu verkraften. Von unten gibt es hier so kleine transparente Gleitelemente angebracht, womit dieser Speeder eben schön leicht über Spielflächen gleiten kann. Ja, so sieht er aus von hinten, von der Seite und von vorne. Von vorne hier etwas asymmetrisch. Das stört aber, finde ich, nicht. Und für Kinder, denke ich mal, ist das ein ganz cooles Set. Für die Vitrine ist es jetzt nicht so der Knaller, aber schon ganz schön. Die Figuren an sich finde ich, um mal ein Fazit dazu zu ziehen, die Figuren finde ich nicht so besonders schön. Aber das liegt nicht daran, dass Lego die Figuren nicht schön umgesetzt hat, sondern vor allem daran, dass eben auch schon die Vorbilder in den Star-Wars-Filmen ein bisschen lächerlich aussehen. Also das Design der Helme mit dem festen Visier und dem hochklappbaren Mundschutz finde ich einfach etwas weniger gelungen. Trotzdem, wenn man sich eine Armee des Widerstandes aufbauen will und dafür ein paar Minifiguren haben will, ist das Set natürlich die beste Möglichkeit, möglichst günstig an viele Figuren des Widerstandes zu kommen. Aktuell gibt es, glaube ich, nur ein anderes Set, wo die Figuren drin sind. Das ist deutlich teurer. Aber ich glaube, das ist 75140. Ich bin mir nicht ganz sicher. Kann sein, dass ich falsch liege. Und ja, deshalb ist, wenn man sich eine kleine Widerstandsarmee aus Lego-Minifiguren aufbauen will, hier das Set gut geeignet. So viel zu meiner Review. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es wird in Zukunft hier immer mehr Reviews von Sets und Speedbuilds von Sets geben. Wäre so cool, wenn ihr den Kanal abonnieren würdet und ein Like da lasst. Natürlich nur, wenn es euch gefällt. Ihr sollt euch ja auch keinen Mist angucken, den ihr gar nicht sehen wollt. So viel von mir. Bis zum nächsten Mal. Ciao.